Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr mit den modernen Akkus verfahren sollt, wenn ihr die Geräte zur Erstinbetriebnahme vorbereitet. Es heißt hier nicht einfach Handy starten und ab dafür. Nein, diese Akkus müssen angepasst werden an dieses Gerät. Beim ersten Mal laden, schwören viele Nutzer auf mehrere Stunden Ladezeit. Man liest es immer wieder in den Foren, dass der Akku zwölf Stunden lang am Strom bleiben soll. Ob das wirklich sinnvoll ist, erkläre ich euch mal eben. Nein, der Vorgang macht zwar wirklich Sinn und nennt sich Neukonditionierung, allerdings nur bei Nickel-Cadmium-Akkus. In den aktuellen Geräten gibt es keine Nickel-Cadmium-Akkus mehr. Mittlerweile hat jedes technische Gerät, Smartphone, Kameras, selbst ein E-Scooter, hat Lithium-Ionen-Akkus. Hier hat das lange Aufladen beim ersten Mal keinen positiven Effekt. Ist der Akku voll, wird die Stromzufuhr gestoppt. Jetzt gucken wir uns aber erstmal hier unseren Kollegen an. Wir haben hier das Samsung Galaxy S23 Ultra in der 1TB-Variante. So sieht es aus, die Folie ist noch drauf. Und dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie es richtig geht. Wenn ihr einen solchen Akku zum ersten Mal in Betrieb nehmt, ladet diesen komplett auf. Das verbessert nicht die Leistung von dem Lithium-Ionen-Akku, aber die Genauigkeit hier in der Anzeige. Es ist euch doch wahrscheinlich auch schon mal so gegangen, es sind oben in der Ecke noch 7 oder 8 Prozent und auf einmal ist das Handy aus. Das liegt daran, das Handy muss mit dem Akku erstmal bekannt gemacht werden. Hallo Akku, hier Handy. Hier Handy, hallo Akku. Die müssen sich bekannt machen und das könnt ihr nur, wenn ihr das Gerät beim ersten Mal, ich ziehe mal jetzt die Folie ab, das Unboxing-Video wie gesagt, wenn euch das interessiert, seht ihr gerade oben in der Ecke. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, dann diesen Akku komplett auf 100 Prozent aufladen. Und ich mache das wie folgt, ich schalte das Gerät ein. Der Akku selber hat im Transportmodus irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent. Das ist die Energiemenge, die in einen solchen Akku gehört, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Wie zum Beispiel bei Werksauslieferung. Der Akku kommt hier rein, 50, 60 Prozent geladen. Den Rest will kommen. Und an dieser Stelle, hier 49 Prozent, hier seht ihr das, war ich ja eigentlich, was ist das denn hier? Okay, verschiedene Sprachen. Hier war ich ja mit meinen 50 bis 60 Prozent nicht verkehrt. Ich breche jetzt an dieser Stelle diese Geschichte ab und lade dieses Gerät jetzt erst einmal, wo ist eine USB da? Und diesen Akku, den lade ich jetzt bis zu 100 Prozent. Und erst dann mache ich weiter. So, die 100 Prozent haben wir erreicht. Und erst jetzt beginne ich mit der Einrichtung meines neuen Handys. Ich gehe hier jetzt aber sogar noch einen Schritt weiter. Das Handy hat jetzt den Maximalwert des Akkus gelernt. Mehr als 100 Prozent geht er nicht. Den 100 Prozent Wert, den hat er gespeichert. Jetzt fehlt noch der Akku-Leerwert. Null. Ich werde dieses Handy nicht laden. So lange, bis es einmal von alleine ausgeht. Und erst dann hat er den unteren Wert auch gespeichert. So mache ich es mit all meinen neuen E-Geräten, wo die Akkus verbaut sind. Auch am E-Scooter mache ich genau das Gleiche. Dann gehe ich aber noch her und werde hier die Akku-Ladung, die Begrenzung auf 85 Prozent einschalten. Da zeige ich euch auch noch eben, wie das funktioniert. Und ganz zum Schluss gehe ich noch einmal in die Einstellungen. Ziehe jetzt so weit herunter, bis ich bei dem Reiter Akku und Gerätewartung angekommen bin. Da gehe ich drauf. Jetzt gehe ich oben auf den Akku und kann hier weiter runter scrollen. Weitere Akku-Einstellungen. Hier gehe ich drauf. Und hier seht ihr es. Akku schützen zum Verlängern der Lebensdauer des Akkus die Maximalbeleidung auf 85 Prozent begrenzen. Und das mache ich. Und das solltet ihr auch machen. Ich achte auch hier beim Nutzen, dass der Akkustand niemals unter 20 Prozent fällt. Ja, das war unser Video. So nehmen wir oder so nehme ich einen Akku in Erstbetrieb. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.